Hallo, hallo, hallo. Heute ist wieder ein Sportvlog-Tag. Heute wieder aus meinem Trainingskeller hier mit meinem riesengroßen Boxsack und mit Muhammad Ali, der mir zuguckt. Nach dem Intro geht's los. Könnt ihr alles nachmachen und dann selber machen. Runter vom Sofa. Sport machen, Sport machen, Sport machen. Ich mach's ja auch. Also, jetzt geht's los. Sofa. 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 Vielen Dank.